wie kann man fotos auf dem iphone ausblenden öffne die fotos app wähle das foto oder video aus dass du ausblenden möchtest tippe auf die mehr taste und dann auf ausblenden bestätige dass du das foto oder video ausblenden möchtest die fotos werden ausgeblendet wie kann man das album ausgeblendet nicht mehr einblenden öffne die einstellungen fotos deaktivieren album ausgeblendet einblenden in ios 14 und neuer kannst du das album ausgeblendet deaktivieren so dass die fotos vollständig ausgeblendet werden methode 2 fotos zu schneiden um sie auszublenden du kannst ein foto auch zu schneiden um es zu verstecken und das iphone kann fotos wieder herstellen nachdem es sie geschnitten hat so 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 so